Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Docker. Heute gucken wir uns ganz kurz und ganz schnell und schmerzlos an, wie wir eine Node.js App kurzerhand bei Docker einfach mal hosten, beziehungsweise wie wir im Endeffekt das Image bilden und ihr wisst den ganzen anderen Kram, wie man damit umgeht, das heißt, das brauche ich euch gar nicht mehr erzählen, wundervoll. Falls ihr es nicht wisst, meine anderen Videos, ne, früher in dem Kurs und so, das wäre ganz hilfreich. Okay, gut, zunächst einmal gehe ich davon aus, dass ihr Node.js könnt, ansonsten ist dieses Video hier natürlich nicht für euch gedacht, aber ich möchte natürlich trotzdem zeigen, wie es funktioniert. Ich werde allerdings nicht zeigen, wie Node.js funktioniert, logischerweise. Zunächst einmal, wir haben hier diese Package.json, die im Endeffekt sagt, wir benutzen Express Version 4.16.1 und dass das unsere Version 1.0 ist, da stehe ich drin und das ist quasi unsere App, die wir hier geschrieben haben. Dann haben wir hier kurz die App, die auf Port 80 läuft, das ist das einzig wirklich Wichtige, was wir hier brauchen, das müssen wir wissen, sie läuft auf Port 80. So, und das sind die beiden Sachen, die ihr erstellen müsst, weil das hier kein Node.js Tutorial ist. Dazu bin ich zuständig für die Dockerfile hier. Und zwar bilden wir unser Image von Node.js Version 8. Es kann durchaus sein, dass ihr andere Versionen verwenden wollt, das ist einfach nur eine Frage des Tags hier hinten dran, einfach Node.js und dann eure Version eingeben, dann funktioniert das auch wunderbar. Anschließend geben wir unser Working Directory an, also User Source App, habe ich es einfach mal reingepackt und dann kopieren wir die Package Sternchen.json in dieses Working Directory, beziehungsweise in das Übergeordnete. Warum jetzt das Sternchen? Das Sternchen ist dazu da, um eventuell auch eine Package Log.json mit rein zu kopieren. Ihr wisst, manchmal wird da noch eine Package Log mit erstellt, die soll natürlich auch da sein. Dann, das ist alles hier festgehalten, was wir alles brauchen, also unter den Dependencies von Node.js ist das ja alles dabei. Dann steht hier Run NPM Install, das bedeutet so viel wie installieren wir bitte alle Dependencies von Node.js, beziehungsweise die diese App jetzt gerade eben braucht. Und anschließend kopieren wir alles, was gerade in diesem Ordner drin ist, bitte als Bundle sozusagen in unseren App-Ordner rein, wo dann auch das Ganze dann ausgeführt wird mit NPM Start. Davor wird allerdings natürlich noch Port 80 freigegeben, denn wir wissen ja, unsere App läuft auf Port 80. Wenn ihr einen anderen Port gewählt habt, gebt bitte den frei, das sollte eigentlich relativ klar sein. Cool, und dann seid ihr auch eigentlich schon soweit fertig, jetzt müsst ihr das Ganze noch bilden. Das bedeutet, wir gehen her und sagen, wir wollen sudo docker build minus t. Ich habe das Ding jetzt einfach mal Node.js App getauft und zwar in dem aktuellen Verzeichnis, noch ganz kurz zum aktuellen Verzeichnis. Hier haben wir die App.js drin, die Dockerfile drin und das Package.json und dann können wir uns das hier angucken. So ist natürlich bei mir schon alles gemacht. Das dauert ein bisschen, weil ihr natürlich auch erstmal die ganzen Images, die hinter Node Version 8 stehen, pullen müsst. Das kann teilweise je nach Internetleitung schon mal eine Viertelstunde dauern. Bei mir hat es eine Viertelstunde gedauert. Eure wird wahrscheinlich deutlich schneller sein. Auf dem Server ist es sowieso viel zu schnell. Da kriegt ihr das nicht mal wirklich mit. Und dann könnt ihr das Ganze laufen lassen und zwar hiermit. Also sudo docker run minus it bzw. detached mode, wenn ihr den wollt, könnt ihr den auch ansetzen oder halt auf on setzen. Ihr könnt Environment Variablen mitgeben. Ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr bisher auch gemacht habt. Im Endeffekt ging es ja jetzt hauptsächlich um die Dockerfile hier, dass wir wissen, wie wir das Ganze hier bauen. Eigentlich relativ simpel und straightforward. Man muss es aber trotzdem mal erklärt haben. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz den Localhost an. Wenn ich hier auf Neuladen klicke, dann sehen wir, Hello World wird ausgegeben. Und es hat alles soweit funktioniert, wie ich das gerne hätte. Und ja, unsere Node.js App scheint zu laufen. Wundervoll. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Ganz kurz und schmerzlos, wie versprochen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.